Die Grün-Gruppe ist eine Unternehmensgruppe rund um die Grün-Software-AG. Wir beschäftigen etwa 100 Mitarbeiter, uns gibt es seit 20 Jahren. Wir sind Hersteller von Standard-Branchen-Software für verschiedene Zielgruppen mit einem hohen Grad an Spezialisierung. In einigen Zielgruppen sind wir Marktführer in Deutschland. Wir verfolgen dabei die Mission, dass wir sagen, es gibt einen differenzierten Markt in Europa mit sehr vielen mittelständischen Anwenderunternehmen und Organisationen. Wir wollen eine ebenso differenzierte Software anbieten, Branchen-Software eben, wirklich als Spezial-Software. Unsere Software Grün-Fever für Spendenorganisationen ist eine komplette Software-Lösung für Hilfswerke oder andere Non-Profit-Organisationen. Das System ist in Deutschland Marktführer mit über 1000 Installationen bei Organisationen wie Rotary Deutschland, Gemeindienst oder Wikimedia als Wikipedia-Ableger in Deutschland oder Miserior. Unsere Kunden wickeln mit der Software etwa 1,5 Milliarden Euro an Spenden in Deutschland ab. Wir verfolgen mit unserer Lösung einen integrierten Ansatz vom Backoffice bis zum Internet, zum Beispiel zu einem Spendenportal. Inhaltlich unterstützt unsere Software diverse Bereiche vom Adressmanagement über Customer Relationship Management, Fundraising-Prozesse, Aktionsplanung, Zahlungseingangsmanagement und Reporting bis hin zu 30 Zusatzmodulen, von Business Intelligence über Projektverwaltung bis zur Finanzbuchhaltung. Wir verfügen über viele Mitarbeiter, die mehr als 10 Jahre Erfahrung mit Spendenorganisationsprozessen haben. Insofern verfolgen wir hier unser Ziel, nur wer das Geschäft versteht, kann es auch verbessern. Und insofern würden wir uns sehr freuen über weitere Anfragen, um auch in Ihrer Spendenorganisation das Spendenvolumen zu erhöhen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017